Und auch da ein weiter Satz. Das läuft richtig gut. Kai Katschmirek im Einsprung. Die Fortschläge auf die Brust, der ist da. Kai Katschmirek. Und da geht der nächste Aufstrahl hinterher. 7,50 Meter. Kai Katschmirek im ersten Versuch. Ein Raunen geht durchs Stadion in Ratingen. Und das wird jetzt spannend, wenn wir auf die Weite warten. 7,34 hat er stehen aus dem ersten Durchgang. Rico Freimuth, wie weit ging der zweite Satz für den Mann vom SV Halle? Also schon mal besser unterwegs als in Götzes. Und die nächste Bestweite. Und auch der Wind ist gültig. 7,60 Meter für Rico Freimuth. Was ist das für ein Auftakt hier im Zielkampf? Rico Freimuth ist top in Form. Ja, der Applaus, der muss nicht nachlassen. Kurt Felix, dritter Durchgang beim Weitsprung. Und auch der ist nochmal weit zum Abschluss. Dass er selbst den Boden tritt, weil er weiß, er kann noch mehr. Da steckt noch mehr in ihm als diese 7,46 aus Durchgang 1. Das hier nochmal eine Verbesserung war. Müssen wir vorerst noch abwarten. Ja, und was für eine Verbesserung. 7,68 Meter. Die beste Weite in diesem Weitsprungwettbewerb für Kurt Felix. Ja, das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020